Spricht das Action-Kino etwa eine Sprache, die wir gar nicht hören? Spitzen wir die Ohren in drei Kapiteln. Zeichen, Struktur, Androbo. John McTiernan, kaum ein Cineast, hat in so wenigen Filmen so viele Ikonen der Popkultur erschaffen. John McClane, der Predator, Jack Slater. Ihm verdanken wir einen radikal neuen Blick auf Action im Kino. Und doch blieben er und sein Name die ganze Karriere über im Hintergrund, wie bei einem Statisten. Was ist das Geheimnis hinter McTiernens Arbeit, die das Publikum packt, aber anscheinend gar nicht bewusst wahrgenommen wird? No, he didn't do anything. He doesn't exist. He was an actor who was in front of a camera some time or years before. He is a written thing. No, it is impossible. What's impossible? He's fantastic. This is his best performance ever. I thought I wanted to be in theater. Und so geht McTiernan nicht zum Theater, sondern zum Film, wo er sein Talent in der Unterweisung von Schauspielern einsetzt. Er hatte es von Kindesbeinen an. My father was blind, and consequently he began to care a lot about music. And he lost his sight in World War II. He worked as a lawyer. From the time I was six, I used to go with him. He would interview someone. Sometimes asking them questions, sometimes just hearing what they had to say. But he would ask me what they did, what they looked like. He would ask what their face did when they said a particular thing. And I had always done that. You stay. I realized that from a very young age I was schooled in watching. And in trying to understand what I saw. In Gesichtern lesen, Zeichen erkennen. Diese non-verbale Kommunikation lernen wir noch, bevor wir sprechen können. McTiernan nutzt sie bis ins Detail in seinen Filmen. The other thing I did is I took anthropology, which in effect was exactly the same activity. So when I got to filmmaking, it felt like this is a good thing for me to do. Das erklärt wohl auch McTiernans Vorliebe für Szenen, in denen Fremdsprachen, Stille, Gestik und Blicke tragend sind. Als kunstvoller Teil der Inszenierung. Mit anderen Worten, hier spricht die ganz große Kunst. Securität sein. Deine Regierung nimmt Geheim-Polizei. Wenn man nach den Einflüssen sucht, die McTiernan dazu verholfen haben, den Actionfilm à la Hollywood-radikal umzugestalten, muss man nach Europa schauen. Well, I wasn't trying to import techniques from European films, I was just trying to import techniques from any films that I found interesting. A lot of what I did in the first Die Hard, and to some extent in the second, were things I got from Bertolucci, or from Paul Verhoeven, or from Yon Kadar, who was really superb at moving a camera, and was never given credit for it. Drop it, dickhead. It's the police. Fast unsichtbare Techniken, in die McTiernan eindringt, wie ein Ingenieur in das Wesen einer Maschine. So hockt er sich als Student in ein Kino am Broadway, Ecke 95. Strasse, das die amerikanische Nacht von Truffaut zeigt. Drei Tage lang schaut er sich den Film nonstop an. So I thought that was the best place to try to begin the process of reverse-engineering a movie. You have to take it apart and figure out, well, what is it? And finally it just settled in, it was, a chain of images, a chain of shots, which put together in that order... Order is very significant, in a way that it isn't in, certainly isn't in language, and is not really in print. But in film language, there is nothing random access about it. Order is almost absolute. Man spricht hier nicht mehr von Inszenierung wie im Theater, sondern von Bildkomposition, bei der Ausschnitt, Einstellung und Dauer die Partitur ausmachen. Und so I have urged that one consider the metaphor of music, not so much to say that film is exactly music, but that its organization might be more like the structure and architecture and grammar of music, which is utterly nonverbal. Der Sinn liegt also in der Abfolge von Bildern. Okay, so definiert sich Kino. Aber nach dieser Grammatik funktionieren auch unsere Augen und Gehirn, um Tag aus, Tag ein ihre Umwelt zu analysieren. Anschlüsse, Fokus, Gegenüberstellungen, Analogien, Zerlegung, man nennt das auch visuelle Raumvorstellungen. Und mit Tinnens sezierender Blick hat daraus einen Stil geformt, der viel über unsere Menschlichkeit aussagt. Der Mann ist sicher. John McTinnens Vorliebe für den Actionfilm liegt auch daran, dass dieses Genre eine Orientierung im Raum voraussetzt. Unbewusst verarbeitet sein Publikum komplexe geometrische und mathematische Informationen und reflektiert so den Raum. Es ist deswegen kein Zufall, dass man die Helden in McTinnens Filmen stets sieht, wie sie über ihre visuelle Umgebung nachdenken. Die Kamera wird dabei zum Erzähler. Sie bildet nicht etwa passiv das Geschehen ab, sondern verfolgt sinnhafte Elemente, die auch unsere eigenen Augen spontan erfassen würden. I've always been very interested in anything that helps me fashion an active narrator. Helps me signal to the audience the attitude of the storyteller about what's going on. See, they have a hint of how to take it. Eine Stringenz, die bei McTienen stets freudvoll in Szene gesetzt ist. Der Spaß am Inszenieren geht dabei so weit, dass aus einer eingefleischten Action-Erzählung mir nichts, dir nichts eine shakespearische Komödie wird. Ich habe gesagt, dass ich es, was ich kann, dass ich das Strukture von einer Shakespearean-Komödie in dieser Geschichte von Menschen überlegen. Ich wollte es zu sein, ich wollte es zu sein, ich wollte es zu sein, es zu sein, zu sein. Die Musik, die man hört, wird so zur Musik, die man sieht und deren komplexe Bewegungsabläufe uns profundere Dinge offenbaren als das, was die Erzählung oberflächlich hergibt. Aber Mac Tienen ist auch der Erste, der die eigenen Regeln bricht. Nach der exakt geometrischen Kameraführung in Stirb Langsam 1 wirkt sie in Teil 3 eher zögerlich, ja benommen. I wanted them to look helpless, like they simply had no idea what was going on. And then you'd go to Bruce and Sam at the fountain in the park yelling at each other. And I'd just keep the camera back here, just handheld. Sort of putting the audience back here, looking at these two guys make fools of themselves. So near the end I started trying to do cuts that were so brutal that I wanted to do this to the camera. Every cut I wanted to hit them right in the nose. I don't know, now people do it so much that I don't think anyone even notices that stuff is in there anymore. Immer wieder imitiert und kopiert, zeugt diese durchdachte Form des Actionfilms von einem Anspruch, der manchmal profan als Unterhaltung bezeichnet wird. Mac Tienen hat für sein Publikum die archaischen Regeln der visuellen Raumvorstellung wiederbelebt, die schon Steinzeitjäger kannten. Und wenn seine Helden sich in unserem Kulturkreis durchgesetzt haben, dann, weil er uns hilft, mit ihnen zu denken, zu schauen und zu verstehen. Denn gutes Actionkino braucht zwei aktive Hirne. Das des Helden und das des Zuschauers. I am the hero, so shut up! GUITAR. Man, jetzt! Everyone on their floor, marschnell! What country is this guy from? Ivan de Christmuth, Coupon. They say lightning can't strike twelve times, but don't tell him. Hey, fellas! Gotta eat your greens! Who the hell is this guy? Who are you? You're very annoying. Bruce Willis Shut up! Die Hungry How could the same thing happen to the same guy so many times?